Die Unlicht der Stille gibt es noch, du bist dir sicher? Ja, natürlich. Wer die anderen sind, weiß ich nicht. Aber es sind viele. Wir stehlen von Kriminellen. Wir sind ein ganzer Ring. Ich schätze, das hier ist größer als das mit dem Mimizas. Du hast die Kontrolle verloren. Christian ist wieder zurück. Wir haben keine Ahnung, wer zu diesem Ring gehört. Wir müssen die Namen alle herausfinden, die da mit drinstecken. Und zwar jeden einzelnen. Was wollt ihr von mir? Was soll ich tun? Wir machen dich zum Polizisten. Kann das so funktionieren? Lena hat mich in den Ring aufgenommen. Nicht mehr lange, dann weiß ich über alles Bescheid. Er ist an einer Grenze angelangt und droht sie zu überschreiten. Gib mir die Kohle, hat mich gesagt! Verräter werden getötet.